Schöne eine Map, die wir heute noch nicht allzu lang spielen konnten. Oh, Kartenlagerfeuer, Klippe, See. Das ist Wurscht, ein bisschen Angreifer. Den Spawnpunkt kannst du zur Not auch noch mal ändern, wenn du mit der Drohne noch unterwegs bist. Der hat einen Buckel. Ich habe einen Bart. Hat einen Backel, ich habe die Bananen. Den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisieren. Also, ihr müsst den GF-8 schwächen, bevor ich sie fangen kann. Hast du ein paar Himbeeren mit oder? Oben. Wenn du Kontakt da hast, dann gucke ich dir da. Oh, oder? Du bist ja oben. Ja, oben. Oder? Ja. Die Bibliothek oder? Ne, die sind doch unten. Ne, unten. Bio-Gefahrgutbehälter lokalisieren. Oh, what the fuck? Einsatze in zehn Sekunden. Seit unten, ne? Einsatze in fünf Sekunden. Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Kamera ist aus. Magazinwechsel. Meine auch jetzt. Diese Wechsel. Meine ist noch da. Genau in den rein. Ich mach da ein Loch rein. Schade. Ah, eins ist blockiert. Scheiße. Mach den Weg frei. Los. Ich hab sie verblendet. Ich bin tot. Ah, ich bin tot. Ich mach hier zwei Stück. Oder ein. Treffe nicht rein. Ja, die müsste... Eine hockt hinten hinter einem Schild. Und einer direkt im Headglitch. Headglitch hinter einer Box. Leon. Genau jetzt links von dir in der Wand. Oh, der beobachtet dich. Der guckt auf dich. Hier oder was? Kann ich hinkucken? Links von dir zwei Stück. Die konzentriert sich nur nach vorne. Jetzt guckt er an die Tür. Der guckt an die Tür. Weg, 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 weg. Jetzt guckt er wieder weg. Schlag ein Loch rein. Na jetzt, jetzt. Guck mal her. Digga, warum hast du dich beschossen? Ich muss hier mal rechts in der Ecke gucken. Da steht hinten ne Schild. Geh nicht an die Loch. Geh nicht an die Loch. Da sind alle rechts. Wenn du uns noch ein guckst, sind sie alle rechts. Die Schilder auf der Seite. Ja. Ich hab einen auf den Boden geschossen. Wo ich gesagt habe, soll es gucken, jetzt gucken müssen. Wir haben alle ans Tor vorne geguckt. Wir kommen hier nicht rein. Ach, scheiße. Sepp hat mich geblockt. Ah. Links, Sepp. Geh erstmal in Deckung. Sind Treppen hoch. Ich lege hier noch ein Jetski, hol mich mal. Achtung, da kommt von oben eher noch. Von hinten, da ist draußen. Ich hab da wenigstens mal eine Drohne gefunden. Der ist wieder drinnen. Du musst dich hin hocken. Welch? Gut, danke. Achtung, hier linke Seite oben. Komm raus, komm. Das war doof. Ich hab die Tür so beschissen aufgesprengt. Ich hab die Tür vorgemacht. Ich nehme aber auch Schneemobilgarage. Oder Seppl als Kapkan. Ich kann jetzt so Rüstung aufstellen, ne? Ne, jetzt machst du diese Tretfallen. Da musst du an den Türpfosten gucken und dann R1 drücken. Da kannst du aber die Höhe justieren, je nachdem wo du halt hin guckst. Also wenn du weiter nach unten guckst, ist die weiter unten. Guckst du weiter nach oben, ist die weiter oben. Halt an Türen, Fenstern. Oh, ich treffe diese Scheiß Drohne nicht, Mann. Ich habe das Garagen nur zugemacht. Hat jemand Resten? Ah, ich habe sie noch nicht hingelegt. Scheiße, ich komme gleich nochmal. Verstärkung der Band beendet. Die Gegner haben die Gefahrgutbehälter. Ah, ist immer ein Stössender gefahren. Alle, alle fahren immer ein Stössender. Alle drin. Führgesichert. Führgesichert. Dem Neo Gefahrgutbehälter um jeden Fall. Ähm, Westen. Ja, ich komme. Guck mal zu. Guck mal an die Treppen. Hier steht der Scheiß Drohne. Hier ist der Westen. Gerekt scharf gemacht. Schutzplatten einsetzen. Ich geh hoch. Ich sag mir mal deinen fetten Hintern weg, Alter. Komm hier dahinter. Achtung, die Sprengtruhe auf. Ich hab zwei Stück draußen. Wo war hin und so. Ah, ein, mein Freitag, Blitz. Blitz ist auch nicht verkehrt, der hat so ne Stromdinger. Ach, die sind schon hinten drin. Neues Magazin wird geladen. Hallo, du Fatze. Ah, ich hab noch ein Handy gegeben. Hilfe, ich hab nur noch. Kann ich dich jetzt wieder benehmen? Ja, komm her. Ja, komm her. Du bist verwundet. Ich hab rein, Drohne. Ah, ich hab gerade die Kameras gecheckt. Dann hab ich wieder zurück geguckt. Da stand er schon hier drin. Bleib dort in der Ecke, Sepp, ja. Bleib dort in der Ecke, Sepp, ja. Oh, das ist noch einer. Wo ist der? Ich hab ihn. Der Hasch, hey. Guck mal, er hat ihn mir geklaut. Der an der Treppe, also. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich glaube, ich hab mal ein Glas. Wenn die unten in der Garage sind, macht mal ein Loch rein, dass ich rein schießen kann, ja. Dann hol ich mir die mit der Sniper. Und Pess hat den Sledge, genau. Ich hatte ausgesehen drauf gedrückt. Kannst wechseln, Leon. Nein. Ich bleib hier. Montag. Dann nehm ich einen Sledge. Ich finde den Typ irgendwie so langsam. Aber der ist gut mit dem Riesenschild. Wenn der vorne weg geht und du gehst hinterher. Ich gucke, da habe ich zacken. Hoffentlich sind die unten, Mann. Ich gucke den Keller, alle in der Garage. Ja, die sind in der Bar. Nein, in der Bar, alter Ficken, Mann. Scheiße, ich hänge im Störsander fest. Ach, ich hatte das, wenn ich dir in der Herrzeit, ne? Wirst du einfach heutiger Huren so? Ja, eine Valkyra hat eine Kamera oben. Zehn Sekunden Zeit. Eine Kamera steht so schön hier im Büsch. Aber dieser scheiß Störsander. Ne, ne? Bitte. Das wäre ja noch schöner. Das ist jetzt für ein Arsch. Also richtig für ein Arsch. Also sowas hat für ein Arsch. Achtung, hier die ganzen Fenster. Ja. Na, bei mir bleiben. Lade neus, Mann. Okay. Oh, so hat's ne vier auf mich halt, Mann. Geh mal weg, fellas. Hab ich. Geh mal weg, süß. Oh, noch ein. Ich geh mal durch. Wie alle auch nicht gezielt, Mann, Alter. Wie alle auch nicht gezielt, Mann, Alter. Wie alle auch nicht gezielt, Mann, Alter. Die haben alle auf mich geguckt, weil ich da mit nem Schildschirm. Ich hab der alten voll in den Arsch, Alter. Da, 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 da. Oh, dann nochmal, was das her? Oh, dann leidete, doch. Oh, das ist das. Oh, dann, wie alle. Oh, dann, wie alle auch nicht. ăhaha. auch nicht diese hässliche lehren verteile deine sensoren und luft nicht schalten schüter aus ich kann auch eine wand befestigen sie haben den bio gefahrgut behälter nicht gefunden sehr schön scheinen alle von der fenster sein jetzt zu kommen da drüben am fenster das noch immer kommen die gleich hoch oder ein drüber fenster ich habe gespottet ich habe gespottet hier sind überall das ist auch ein gelber mauer happen 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 die gegner haben den bio gefahrgut behälter gefunden oben am fenster ist noch eh noch ja hinter dir meiner hatte so spiele fehler der ich hatte die waffe nicht mehr der hand bei mir nack die kamera wurde jetzt auch auf das war ich schreck mich nicht so der rennt hier oben wie so wild immer noch draußen am fenster neues magazin wird geladen das war das war das war das war das war noch eine gegner übrig wiii jawohl nach rechts da haben er hat mich getötet ich habe mich wiederbelebt und habe ihn dann wieder jetzt habe ich dann gesehen das andere hallo ich muss mich nur einspielen habe ich so gesagt das ist eine beste das ist mann doch durch das schlacht ich glaube ich würde uns leck in dem danke ich liebe einfach nicht passen da sehen wir das lagerfeuer lied das 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 gehen sie nicht entweder unten garage oder da wo wir gerade waren gar schnall oben mit an der bau diesen stöße Ich spotte, ich spotte. Weiter zu seiner Position. Achtung, dort an der Tür. Lass Leon vorgehen. Warte Leon, ich mach dir auf. Gehen wir langsam weiter. Mir ist einer rechts, äh links. Wo sind die Hibana? Weg mit deiner scheiß Kamera da, Mann. Alter, hier lag ein Nitro-Handy. Oh mein Gott, da kommen, da sitzen zwei Stück rechts hier hinter. Nein, die dumme Sau liegt hinter der Couch. So ein Pissagieren. Sepp, hast du den? Ne, hindert ja. Oh, scheiße. Wir müssen uns vorwärts bewegen. Ich hab nur eine Couch gewinnt. Oh, fuck, Alter. Da sind noch eine Couch. Ja, ich hab den nur nicht verfolgen. Ich hätte den doch sehen müssen. Leon, wenn du jetzt rechts rein gehst. Gerade hin. Oh, scheiße. Da darfst du nicht so lange rumstehen. Ja, das machen wir jetzt fast los. Da musst du wieder rausgehen. Zur Not wieder rausgehen. Ah, Mann, Alter. Da ist Super 1 gesucht. Da kann ich nichts mehr machen. Guck ihn dir an, Alter. Alter, ist das nicht hoch mit dem... Macht nichts, machen wir halt jetzt platt. Was haben wir denn hier schönes? Esszimmer? Ja, in einem Esszimmer. Boah, das ist scheiße. Das ist kacke. Ich bin gewohnt, selbst nicht erst in Couch zu sehen. Wann wird er einstellen? Wann wird er das so richtig machen? Den Raum sichern. Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Behälter schützen. Das ist ein wirklichen Schatz. Staatsstörsender. Tür gesichert! Hier hinten um die Drohnen. Braucht noch einer in der Wand, ich hab noch beide, Alter. Ich hab auch noch zu sehen. So, also ich hab jetzt vier Drohnen weggeholt. 10 Sekunden noch. Ah, er hat ja mal eine Störte in der Geflogen. Mach doch mal hier. 5 Sekunden. Ich hab nur gemacht. Ich hab nur gemacht zwei, Alter. Das steht hier einfach ein. Achtung, in der Küche ist oben so ein schmales Fenster, da gucken die gerne rein. Das da, da ist auch einer. Ich treffe dich. Hetze. Eingang präpariert. Nicht in den Explosionsradius kommen. Alter, nein. Der schießt einfach sinnlos durch die Holzbretter durch. Alter. Fuck, man. Ja, einfach mal wird sie gebracht. Der Eintritt kommt nicht. Ah, schau. Mein Gott. Du mal holen, sohn. Leon, du musst ja rechts gucken. Die kommt da gleich durch. Ja. Die Gegner haben den Biogefahrgutsbehälter aufgespürt. Ja. Ja, 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 ja. Scheiße. Ah, ich was sind denn. Ach Gott, ist das schlecht. Die Diamond, oh mein Gott, ist das schlecht. Habt ihr das gesehen? Ein Kämpfer des Eifers. Ach, das stimmt. Dings. Dings. Mission gescheitert. Eigene Operator gefallen. Dem Kinderkorn, aber verstärkt nicht. Ich versterbte alles die Richtung, ey. Seh dich mal vor mir nicht. Oh man, Verlängerung. Verlängerung. Sie soll in die verfickte Garage gehen, Mann. Hohle ich sie dann mit der Sniper allers aus. Aber wir haben kein Thermal etwa. Ich hab den nicht. Ich hab doch auch Sprengmatten mit. Aber nicht für die Thermal-Dings. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Das ist einfach wie der Garage. Wir sind in der Garage. Gute Arbeit. Der Hälter wurde lokalisiert. Oh Mann. Warum laufe ich den genau vor die Flende? Bei den Klippen ist das Fenster. Einsatz in 5 Sekunden. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Wo er ein Loch einmacht, lass mich richtig positionieren hinter den Stein. Oder hinter dem Teil hier. Ja jetzt, macht's auf. Aber hoffentlich ist es nicht wieder blockiert. Wie kann der jetzt mit der Drohung nicht sein? Hat niemand EMP? Nee. Oh Mann. Scheiße. Jetzt ohne Witz, Alter. Niemand. Ist doch scheiße. Ich passe auf. Alter. Warte mal. Ich geh mal ne Etage höre dir um. Ich geh mal ne Etage höre dir um. Ach, das ist doch verfickbar. Neues Magazin! Ich lock die hoch. Ah, die folgen mir nicht. Ja, weil die haben die Lupe nicht zugemacht hier. Nein! Das ist ein Wichser, Alter! Ist da einer, oder? Ja. Wer ist denn jetzt in meine Granate gelaufen? Ach, da bist du einer, ne? Sepp links unten an der Ecke. Steck ich mal hin. Da ist hinter dem Schild. Siehste das Schild? Geh mal. Der hat da links, 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 links. Schieß mit deinem Eschrotter. Oh, das war noch zu weit oben. Oh, das war schön. Da, an der Tür. Ja, an der Tür. Rechts, rechts, rechts. Also 3 Stück, ne? Vorsicht. Ist der links, links, links. Hatt hier oben. Mach die. er hat sich gehalten hat sich halt das von doch ich setze fast geholt hat er guck ihn leider auch noch mal rotflinte dem ist das rot für den arsch die rennt alle zu schnell davor den biogefahrgut behälter schützen den raum sicher so der gegner hat biogefahrgut behälter lokalisiert mach gleich die tür zu selbst aber du hast das ding nicht dran geschraubt nur noch fünf sekunden auch der gegner hat den fahrgut behälter tricksteil alter eigentlich auch nicht ich habe einen drausen da oben zwei stück kommen von oben oder der vor dem garagentor sein zwei stück kommen die treppe runter äh jetzt hat die kamera kaputt gesagt zwei sehr pass auf kommt zwei stück runter draußen sehe ich nichts mehr sind alle im haus einer ist doch voller geräusch ja ich meine jetzt draußen vom hauptgebäude hauptein hier hinten ist er noch hier hinten ist er noch wo war der da hinten ja ach boah scheiße mission gescheitert schade ach ein lacher junge schade ey so schön geführt müssen wir es halt bei der nächsten runde nochmal versuchen ich guck jetzt nochmal den fifa ich guck jetzt nochmal den fifa